das nächste spiel gegen den rivalen aus dortmund erst mal was machen wir denn verunsichern wir die? loben wir die? oder was machen wir mit mir? loben? motivieren? verunsichern wir dort und das mache ich gerne so vorschau dort und schalke egal interessiert mich jetzt nicht mannschaft obwohl metzelder richtig richtig gut gespielt hat oder denn da ist der neustädter kommt der neustädter rein das liegt nicht daran dass ich metzelder nicht mag oder sowas aber er ist mir eigentlich zu schlecht das war bestimmt nur eine ausnahme hoffe ich so schalke gegen dortmund das spiel der spiel götz ist verletzt piszczek felipe santana owo mojela was ist das denn für ne aufstellung bittenkur großkreuz basikowski aber wo sind denn hummels und so gut hitsch lewandowski sitzt auf der bank naja soll mich nicht stören ne so passt dahin und schon startet das spiel hier ist die mannschaft und fragt Borussia Dortmund hier ist die 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 Es war nicht leicht, diese Hymne bei mir einzufügen. Das könnt ihr mir glauben. Aber um das alles ein bisschen besser alles zu machen, dann darf die Dortmund-Hymne eigentlich gar nicht fehlen. Und naja, was soll's. Ist ja auch jetzt egal, ne? Mach ich mir jetzt keinen Kopf mehr drum, um die Dortmund-Hymne. Tabelle, Platz 7. Russen Dortmund, Platz 5. Die Aufstellung sind wir ja gerade schon ein wenig durchgegangen. 4-2-3-1. Bitancourt. Zentral-Mittelspieler. Bei mir ist jetzt endlich wieder Neustädter drin. Für uns heute ja, so wie gegen Arsenal, unverändert eigentlich, bis auf die Tatsache, dass ich Metzel da rausgepackt habe für Neustädter. Und ja, dann soll das Derby mal beginnen. Oh, Alter. Schön klärt von Papadopoulos. Draxler. Geht über links. An Piszczek vorbei. An Santana vorbei. Flanke. Schade. Hm, schade. Hör wir das. Auf Ushida. Ushida. Verfahren. Ah, der Ball kroch nicht los. Fehl hatte sein Fuß dazwischen. Fünf Spiele in Folge bin ich jetzt schon ohne Gegentor. Und jetzt Draxler. Draxler im Strafvorm. Draxler schießt. Geblockt. Handspiel. Ey, das war doch ganz klar ein Handspiel. Papadopoulos. Schön mit Zert und jetzt kann es schnell gehen. Draxler. Geht's, aber. Oh, oh. Eckball, was. Piszczek. Schöner Ball. Eskulero tritt die Ecke. Papadopoulos. Ein bisschen zu hoch. Was. Da ist mir kurz das Herzchen geblieben. Was für eine Parade von Hildebrandt. Und jetzt Großkreuz. Mit dem Kopfball. Muntela. Ushida. Schön. Muntela. Wachsla. Wachsla. Verfahren. 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 Schießt. Ah. Jetzt ist Kudero. Auf Holpi. Wachsla. Neustädter. Jetzt kann es schnell gehen. Aber da legt er sich der Ball zu weit vor. Wenn ich jetzt ein paar mehr Tore schießen würde, ne? Dann wäre ich so glücklich. Verfahren. Dachsla. 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 Dachsla, du setzt dich durch. Zieh zur Mitte. Nee, 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 nee. Der Vitorcourt, der kommt ja gar nicht rein. Der kommt auch gar nicht durch bei mir. Was sagen wir zur ersten Halbzeit? Bis auf eine Weltklasse-Parade von Hildebrandt. Gibt es da eigentlich nicht großartig irgendwas zu sagen, ne? 0-0. Von beiden Mannschaften kommt jetzt nicht so viel. Erstmal die zweite Hälfte und... Warte, was macht der denn? Ach, wie gepasst du denn nicht nach außen? Ja genau, pfeift Großkreuze aus. Holpi, was machst du denn? Papa, drücke los. Da wollte Dachsla aber mit dem Kopf durch die Wand. Ah, super, Hundfiller. Immerhin ein Wurf. Drei Spiele ohne Gegentor. Escudero. Klanke. Ah. Oh, jetzt aber. Die Vitorcourt. Was ein Pass auf. Aber da hat... Den hat Hildebrandt gut gehalten. Hildebrandt, was machst du? Was machst du Penis denn da? Ey. Das kann doch nicht sein, oder? Da fehlen mir echt die Worte, ne? Hildebrandt gut gehalten. Und zu lachen. Eckball. Aber jetzt, komm. Tor! Ausgleich! 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 Ausgleich postwendend im Gegenangriff. Das Spiel ist wieder offen. Höwedes mit einem Kopfballtor. Oh, ey, komm. Du Arschloch, da musst du nicht so hingehen. Trägt ein Spiel da viel zu viel auf. Musa. Musa, ey, lass doch die Karte stecken. Trägt mich grad viel zu viel zu viel auf, wenn ich mich. Na, ein bisschen durchatmen. Ne, das war nichts. Ganz so. Ganz so. Wie können die sich den denn leisten, bitte? Wie können die den auf der Bank sitzen haben? Oh. Ja, aber Roman. Und jetzt. Angriff über Holpi, über links. Holpi, geht bis zu, fast bis zu unten hier. Flanke, flanke, verfahren. Oh. Oh. Komm. Den hast du, Junge. Ey. Das gibt es nicht. Weg mit der Musik. Auswechseln. Erst mal ein Ticken offensiver, ein Ticken offensiver, ein Ticken offensiver stellen ein. Abkader. Abkader. Holpi geht raus für Affelei. Abkader. Abkader. Jones. Ähm. Er geht raus für... Abkader. 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 Draxler geht. Draxler geht. Draxler wird gehalten. Oh, nice. Abkader. Hau ab. So, letzter Angriff. Oh, verfahren. Einwurf. Oh, das ist meine letzte Möglichkeit. Verfahren schießt. Verfahren. Neunzigste Minute Ausgleich durch Jefferson Verfahren. Junge, Junge, ist das ein Spiel. Ich werde zu alt. Ich werde zu alt dafür. Mein Puls steigt. Was war das für ein Spiel. Leck mich am Arsch. Ei, 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 ei. Erster Tief. Erstmal. Muss ich erst mal was trinken. Jetzt muss ich erst mal runterkommen. Boah. Das habe ich ja lange nicht mehr erlebt bei FIFA. So ein Spiel. Vor allen Dingen dann gegen den Computer, ne? Dass der sowas in der Neunzigsten zulässt. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. 0 Punkte nach 7 Spielen. 2 Tore geschossen. Na, gut. Wir haben ja schon 10 Gegentore nach 8 Spielen. Nein, das kann nicht sein. Das geht nicht. Ich speichere jetzt erstmal ab und mache Schluss für heute. Und bitte schreibt in die Kommentare, wie ihr das Kommentieren von mir findet. Was ich verbessern kann. Und noch weitere Kritikpunkte. Ich würde mich aber auch sehr über positive Meldungen freuen. Über Gefällt mir Angaben. Bei Facebook auch. Folgt mir bei Twitter. Ich würde mich sehr, sehr über ein Abo von euch freuen. Und sonst schreibt in die Kommentare, schreibt mir Nachrichten. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.